Wir sind hierhergekommen, um zuentkommen, den Lernen zu entkommen, zurück zur Natur zu finden. Zurück zu dem, was uns inspiriert und motiviert. Bist du jemals irgendwo aufgebrochen? Ohne großen Plan, keine direkten Huren und ohne zu wissen, was sich als nächstes erwartet. Weit in den Schweizer Alpen haben wir diesen Ort gefunden, ein Ort der Ruhr, ein Ort, an dem man sich völlig zurückziehen kann. Das ist die UNESCO-Sadona.